Smokin' Ornstein, oh man! Oh Gott, Ornstein ist fast tot! Boah, fucking Blitz, Speer! Boah, diese Bitch! Ja, ja! Ah ja, ey, ist gut! Leute, die sind so schnell! Fuckin' Fucker! Sucker! Motherfucker! Ja, ja, komm, mach alles kaputt! Aha, da kommt ein Scheiß-Fucking-Hammer! Kleiner geht der auch nicht, ne? Ja, 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 ja! Nein! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! 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 Diese beiden Kumpels, ey, die sind halt Weiß nicht, was soll das sein, eine Elite-Truppe? Nein, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht Boah, verdammte Scheiße Ey, der hat dich gehauen, Ornstein, oder Ornstein Ich war dir Nazis Ihr wart bestimmt Nazis, oder? Kann ich mir gut vorstellen, weil Ornstein, hallo Und Henker, so, Henker mit einer Ah Wie wär's mal mit Blutungsschaden Einmal so richtig, so Bäm, Junge 300 Blutungsschaden wär schon schön So Ornstein ist tot Danke, weil ich erst Smoke töten, aber das Ornstein ist erst einfacher Und jetzt, oh, tötet ihn und wird Super Smoke Oh, Schwabbel So Na, jetzt macht der auch noch Ja, ist auch, auch nicht leicht, so der Typ Nein, 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 nicht, aui Scheiße Jetzt geh, hör doch mal auf mit diesem Sprung, ey Ist voll schlimm zu attackieren Ich weiß gar nicht, kann ich jetzt noch was von ihm blocken? Bin mir da gar nicht sicher Ne, ich hab Angst Ich hab Angst vor Smoke Vor Super Smoke Wegen seinem AOE Damage Jetzt macht er hier sein Sein Sprint, ne? Oh Gott, war das knapp Nein Ich dachte, er macht wieder sein Boost Nicht AOE Oh Mann War nicht die letzte Es ist so Mäntlichkeit Ja, wie man sehen kann, ich arbeite nur mit Stich Attacken Bam, Junge Motherfucker Seele, Henker, Smoke Ja, leider haben wir nur Smoke und jetzt nicht Ohrenstein Ohrenstein wäre mir lieber Aber hey, wir haben es geschafft So, gelobt sei die Sonne Hier ist auch noch ein cooles Gimmick Das habe ich durch Slav erfahren Und zwar gibt es hier einen Fahrstuhl für Ornstein Oder Ornstein Und Der zweite Fahrstuhl ist halt übelst markant Breit und fett halt Wobei Ja Und Genau Hier erstmal am Bonfire resten Ganz klar Klar wie Kloßbrühe Und Erstmal hier volle Kanne auf Kondition Wobei, ne, einmal gehe ich auf Ne, ich gehe auf Kondition Volle Kanne Ja, ab jetzt immer auf Kondition Zack Und dann gehen wir hier mal kurz weiter Moment Geschafft Ich denke, hier gibt es doch jetzt irgendwas Hier, Helm der Gunst und sowas Das ist, wenn man Lordrek besiegt Das ist quasi, glaube ich, Lordrek Vielleicht Und dann gibt es hier halt sein Set Das wollte ich euch halt noch zeigen Hier Der Helm von Lordrek Dem aufgenommenen Symbol der Liebe der Göttin Fina In seiner Einsamkeit Schwor er allem ab Da er sich Der Liebe der Göttin gewiss war Ja Sieht halt schon geil aus So die Gestaltung Wiegt aber auch etwas Ähm Ist aber definitiv cool Also So ist es nicht Gamaschen der Gunst Ja Und was wollen wir Ach ja, wir wollen uns Wurde etwas abholen, ne? Hallo Komm her, Kind Ja, erstmal Versuch's mit beiden Händen halten Und so Ja, vor die famose Kiste Ähm Ja, hier Diese Das ist Gwinnery Änd Die kann man halt Attackieren Und ähm Diese sollen Die bedeuten Hier kann man sich Erstauf halt Niederknien Und Ja Oh, gewollte Unmatt Ich bin Gwinnavere Frau von Lord Gwynn Und Gwinn Von Sonnen Seit dem Tag Der Vater Ersammelt Ich habe Ich habe dich Ich Bewege Das Lord Wessel Ja Herrschaftsgefäß Dank der Kannst du Wir können uns jetzt Zum Teleportieren Ja Ja Nein Ich wollte nur Den Achievement Ja Gut Alles klar Jetzt wo wir Das Herrschafts Herrschergefäß Haben Können wir uns Jetzt einmal Teleportieren Feuerwanschrein Sack Da Teleportieren Wir uns mal hin Ja Aber das Leuchtfeuer Können wir halt Immer noch nicht Nutzen Und zwar Musste man Irgendwie Sowas machen Ja Ich bin mir Jetzt nicht sicher Ob das 100% Jetzt geht Aber Verhältnis Zurück Geben Ja Bam Und jetzt können wir Wieder mit der Quatschen Und das Leuchtfeuer An Ja So Haben wir jetzt keine Feuerteiserie mehr Aber Ich habe keine ahnung was die für probleme hat aber anscheinend hat sie welche und damit sollte sie eigentlich mal zum Bisschen schaden gehen Ja Jetzt können wir uns halt teleportieren wo wir hin wir auch wollen Ähm Ja Aber ich würde sagen dass wir uns hier erstmal verabschieden und ähm Bis dahin Ciao Ja Tsst Ja und ja Ja Vielen Dank.